Was macht unsere ISFOX Datenschutzschulung eigentlich besonders? Aus meiner Sicht drei Punkte. Unsere Inhalte sind einfach gut, sagen uns zumindest Datenschützer und die Teilnehmer. Zweitens, wir haben einen Refresher-Pfad. Mittlerweile sollte ja wirklich jeder schon mal eine DSGVO-Schulung gemacht haben. Und da fragt sich bestimmt der eine oder andere bei der nächsten Datenschutzschulung, echt jetzt, schon wieder? Mit unserem Refresher-Pfad polieren wir das leicht verstaubte Wissen wieder auf, in der Hälfte der Zeit. Und drittens, unsere Inhalte vergammeln nicht in einer Pflichtschulung, die alle zwei Jahre absolviert wird. Sie können die Videos in Ihr Datenschutzportal im Intranet reinhängen, ohne zusätzliche Kosten, damit Sie da sind, wo Sie gebraucht werden, jeden Tag. Also, coole Inhalte mit Refresher-Pfad, vielfältig einsetzbar. Was gibt es sonst noch zu sagen? Sie können die Inhalte natürlich anpassen. Es gibt sie in sechs Business-Sprachen. In Ihrem eigenen LMS oder in unserer Cloud, im Miet- oder im Kaufmodell, mit Refresher-Pfad oder Test-Out-Option. Und Sie sollten sich natürlich unbedingt die Demos anschauen.